Die Bayernwelle Überraschungswoche mit dem Wellnessgarten Waging. Es ist Überraschungswoche hier auf der Bayernwelle. Wir stehen gerade in Palling und neben mir ist die Marianne Densa. Hallo Marianne. Hallo Angelina. Bist du aufgeregt? Ja. Warum bist du aufgeregt? Du darfst uns den Grund sagen. Ja, weil jetzt meine Schwester überraschiert. Und deine Schwester, die ist für dich ein ganz wichtiger Mensch. Sehr gute Freundin und einfach die beste Schwester der Welt. Und wir sind ja schon ganz gespannt und machen uns jetzt mal auf die Suche, wo die Moni steckt. Ja, genau. Hinterher. Hallo. Bist du? Ja, bist du? Kommen wir her. Also, du bist dein Wort, die beste Schwester, die beste Schwester, die möchte gerne ein paar Worte sagen. Oh Gott, das kannst du mir auch so sagen. Also, du bist einfach die beste Schwester von der Welt, haben wir es dir vorstellen können. Und ich bin froh, dass ich habe. Du bist immer für uns da. Und wenn mir ein Problem vorhat, jeder kann zu mir kommen. Und du bist für alle da. Und du bist für deine Familie die wichtigste Person. Und vor allen Dingen für die Karin, für die, was du aufgrund um die Uhr da bist. Und drum will ich gedanket sein bei dir. Ja. Du hättest aber auch so viel mal gemacht. Ja, danke schön. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Das überrascht mich jetzt geschehen. Das überrascht mich jetzt. Das überrascht mich jetzt.